Hallihallo und Buenos Dias. Heute möchte ich mit der Serie weitermachen Melierte Schönheiten. Den hatten wir beim letzten Mal zusammen gewickelt und umnäht. Die Verlinkung von dem Video setze ich euch dann noch mal unten in der Beschreibung rein. Dann könnt ihr euch den noch mal anschauen, wie der noch hergestellt wird. Heute, ich wollte euch noch mal zeigen, wie ich mir den jetzt als Halskette noch mal anfertige. Da habe ich hier mit dem Zahnstocher gearbeitet und habe da jetzt sozusagen wie so ein kleines V umnäht, so dass ich den jetzt hier rausnehmen kann. Und ich habe hier ein Reif genommen. Das ist so ein silberfarbener. Das ist hier mit zum Schraubverschluss. Und den werde ich hier so reinfädeln. Und dann kann man den jetzt hier so. Und dann ist der hübsche Knopf als Anhänger fertig. Ich wollte noch mal sehen, wie groß der Halsreif ist. Der ist so 14,1 cm im Durchmesser. Also ja, passt. Ja, dann hatte ich euch ja im letzten Video noch dieses, den roten gezeigt hier, den wunderschönen. Und den habe ich jetzt auch mit zum Halsreif versehen, farblich passend zu dem Knopf, zu der Knopffarbe hier. Also der wirkt wunderschön. Und also mir, das ist auch einer von meinen Lieblingsknöpfen jetzt geworden. Und heute unterwegs hatte ich ihn auch bereits schon um zu meinem Baumwoll. Das ist so ein beiges Baumwollkleid und da passte der perfekt dazu. Ja, dann wollte ich noch weiter zeigen. Ich hatte mir ja noch mehr schöne Muster ausgesucht gehabt von mellierten, von einer mellierten Wolle. Und zwar diese dunkel mellierte, noch mal im Vergleich zu dem hellen Weinrot melliert. Und da habe ich mir gedacht gehabt, ich mache nicht komplett melliert, so wie diesen hier, sondern ich kombiniere das mit einer passenden Farbe, so dass das Ton in Ton wirkt. Und hierzu habe ich mir das Altrosa ausgesucht. Und ja, und den Knopf, den möchte ich euch denn dazu zeigen. Und so sieht der Knopf dann aus. Innen habe ich das mellierte genommen und außen herum habe ich dann Altrosa genommen. Ja, sieht eigentlich auch sehr, sehr schön aus mit den beiden Farbkombinationen. Ja, so als nächstes hatte ich mir ja dann das grüne, das dunkle, das dunkelgrüne in Zelle reingekauft. Und dazu passend habe ich mir dann hier den grünen Ton, das ist so ein dunkelgrünes Ton, den dunkelgrünen Ton ausgesucht. Und der Knopf dazu ist dieser hier. Und der ist auch sehr, sehr schön geworden, finde ich jedenfalls. Und da habe ich dann innen den einfarbigen Ton genommen und außen herum den mellierten Ton, so dass das im Grunde genommen auch von hier, von hell bis nach dunkelgrün, denn geht, der Farbverlauf geht. Ja, dann habe ich ja noch das hellere grünen genommen, diese mellierten, und der geht bis in so Wollweiß, Ekro, ja, Beige, auch ins Beige rein. Ja, und daraus ist dieser Knopf hier entstanden. Und wie ihr seht, da habe ich wieder auch innen mit dem mellierten gearbeitet und außen herum mit dem Ekoton, also den Wollweiß-Ton. Ja, so sieht es dann aus. Ja, als nächste Farbkombination habe ich dieses türkise genommen im Farbverlauf, auch wieder mehr so ins Beige, Weiße rein, also auch sehr hübsch. Und die zweite Farbe habe ich dann nochmal wieder dieses Ekro genommen, weil das passte eigentlich von meinen Farben, die ich jetzt hier noch habe, am besten dazu. Und der Knopf ist dieser hier geworden. Auch wieder innen drinnen. Das mellierte und außen herum dann der Ekoton. Ja, so, dann hatte ich mir ja dieses braun-gelbe mellierte gekauft. Und halt hier geblieben. Dazu habe ich in Kombination das Gelb genommen und hier ist der fertige Knopf dazu. Das ist das mellierte wieder innen. Und der Gelbton ist außen. Ja, auch sehr hübsch geworden, finde ich. Also passend muss man sehen, zu welcher Kleidung das passt. Ja, dann zeige ich euch dann nochmal in der Aufreihung, wie die Knöpfe denn so nebeneinander wirken. Meine melierten Schönheiten, sage ich mal dazu. So, gut. Dann nochmal der grüne und hier nochmal der weinrote Ton. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und wie gesagt, die Verlinkung für den Knopf, für den grünen mellierten Knopf, werde ich unten mit in der Beschreibung reinsetzen. Okay, dann bis dann. Tschüss. Tschüss.